Ja, willkommen zurück zum nächsten Gameplay-Part. Wir sind noch auf der Suche nach den Statuen. Hallo Kev und hallo Ghost. Hi. Hi. Ja, wir haben es recht lustig. Müssen sie natürlich alle noch finden an dem Ort. Haben eine Karte zur Verfügung, aber ja, es ist recht spannend. Wir finden sie relativ schnell, manchmal auch nicht so schnell. Also, die vorletzte war recht knackig. Dankeschön. Wieso gehst du nicht auf die Fahrerseite? Damit ich hier... Ich möchte jetzt nicht fahren. Ich muss mich konzentrieren, ich muss mich mental vorbereiten, damit ich sie finde. Das ist dein Auto, du kannst fahren. Ich bin schick. Na gut, dass wir fahren, würde ich jetzt nicht sagen, ich fahre. Es ist wirklich bequem oder so. Ich mache ein Video. Ich habe ein bisschen Alkohol in der Hand. Wieso ist es jetzt schon wieder mit der Hand? Heftig. Du hast irgendwie fast Auto-Kam zu sehen. Hat Spaß gemacht. Such da mal ernst. Ist das blöd? Echt nicht? Oh, ein Fahrrad. Man, ich muss mehr Fahrrad fahren. Er muss kurz ein Land springen hier, ne? Und sie gucken, ob sie hier ist. WONTED. Death or alive. Granate entfantiert. Achso. Ich glaub, sie ist hier hin. Ghost, hast du nicht irgendein Fahrzeug, womit wir alle zusammen schnell unterwegs sind? Doch. Zeppelin. Bus. Lass damit mal irgendwo in der Stadt. Ich hab sie. Wo? Auf der anderen Seite? Hä? Du hast ja mega undeutliche Map. Sehr ungenau. Ja, es ist schwer zu erkennen, weil ich gar keinen Anhaltspunkt da habe. Ja, ok. Also wenn man so eine Billig-Map hat. Es gibt keine guten Maps, gerade. Das ist sehr schlimm, ja. Es gibt sogar Maps, da kannst du noch nicht mal ranzoomen. Wohin, die Bar gewohnten, yes. Ich hab so talentierte Mitspieler. Ich komm schon die Tränen. Das ist mit Zweifel, Ghost und ich aber sehr stark. Ja, war auch ein Gag. Also ihr werdet jetzt von mir nicht so gestresst. Also ihr müsst nicht topleistungen abliefern. Ja, ich hab auch kurz ein Auto hier, aber ein Auto holen. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Also wir brauchen jetzt nicht schicks schnell für die Überfahrt, das ist ... Ja, Hack ist einfach schnell. Das ist direkt am Fliegel. Das ist fliegen kann und alles mögliche. Hol mal irgendwas. Warte. Ist hier kein Auto, Alter, haben wir das hier. Aber passt schon. Kommt zuvor, meine Fresse sind mega gepondert. Was willst du jetzt, wie du ein Spielfigur? Du musst hier ansteigen. Du hast direkt die Tür ermordet. Boah, das ist ein weiter Weg. Ich glaub, ich werde jetzt schon fast ... gelangweilt. Irgendwo muss sie sein. Ja, such sie genau mit dem Auto, echt. Ach komm, Tür. Tür ist weg. Ah, schade. Ja, ich dachte auch hier drin. Aber nicht. Sind sie auf einer Parkbank oder liegt im Grab? Hier kann man aufs Dach. Also, es könnte auf dem Dach sein. Und es könnte auch irgendwo genau woanders sein. Weil es jemand da so ein Grab gibt, was noch offen ist? Ja, also ziemlich, also ... Hab sie. Ich gehe hier. Wo? Naja. Sicher. Ich hab gesagt, Grab. Ein billiges Grab, das nicht mal richtig oberflächlich ist. Hehehe. Oh ja. Tunes. Ah, schön. Tunes und Club macht uns schon geteunt. Das ist so praktisch. Ghost. Ghost. Kannst du zum Obitorium fahren? Ja, fahren oder fliegen? Ist mir doch egal. Warte mal. Ah, komm mal. So, jetzt hast du da. Und der Waipon? Ja, sofort. Oh Gott. Wenn meine... Ding... Nicht da hin. Ghost, mach mal weg. Ralsch. Ja, auf der College. Ralsch. Ralsch. Ja. Das ist das College, nicht ob sowas. Ja, ist mir scheißegal, wie das Ding heißt. Hop, hop. Speed. Sonst teleportier doch grad schnell. Ist doch scheißegal. Ja, mach... Punkt. Hab ich doch. Du kannst es ja nicht lassen. Also bitte, mach's doch. Du bist ja gezwungen, den Müll zu hacken. Ja, ich hab keinen Punkt. Das hab ich dann... Ja, jetzt hat er schon. Scheiße, Alter. Das nächste Mal einfach davor, du soll nicht... Ja, im Labyrinth. Und Prozent. Ich hab's. Nee, in Brunnen. Was haben wir? Boah, da hab ich wieder rum, Alter. Wo Schetti? Auf dem Brunnen. Auf dem Brunnen, Alter. Hier. Oh, wow. Ja, ich hab ja ja nach den Schüssen noch ganz schön gehalten. Nice, Alter, jetzt kann man wieder... Ich hab die sofort beim... Ich hab ja gesagt, kurz vor dir, äh, es ist ein Brunnen. Und das ist wirklich ein Brunnen. Ich bin hellse. Ja, sind die überhaupt schon... Ich hab ja gesagt, äh, Labyrinth. Und dann hab ich Gunnen gesagt, ja, sicher Brunnen. Und dann hast du ja gesagt, ja, ich hab es. Und Brunnen. Das ist so geil. Oh, dankeschön für die coole Action. Ja, das rollt ihr eigentlich, Alter. So. Äh, ist das ein Event, oder ist das wegen dem Hack? Das war so klar. Ah, die Cibela, die nervt. Ich wollte hier ein Rollenspiel machen, aber sie ist echt ein bisschen komisch zum Rollenspiel machen. So. Wir finden jetzt hier im Garten, Alter. 100%. Im Pool. Im Brunnen. Ja, im Pool. Im Brunnen. Auf dem Rasen, wahrscheinlich. Ja, schade. Ja. Irgendwo. Hinten im Haus. Ja. Oh, ist nicht scheiße jetzt. Zwischenhals. Auf dem Toch. Ah, im Rasen. Ah, ich hab... Ich hab... Irgendwas, oder? Nee, echt. Ah, das ist Konkurrenzkampf? Gibt's so Konkurrenzkampf? Ja, war Konkurrenzkampf. Scheiße. Ah, der ist ja aber okay. Alter, das ist echt scheiße. Oh, Leute. Jetzt rufen mir die ganzen Lappen an, Alter. Ich hab's nicht. Hä? Mann, du bist immer schneller als ich. Was bist du so schnell? Ah, du hast einfach... Wie kommt man hier hoch? Hm. Ich weiß nicht mehr, wie man zurückkommt. Wissen du. Ich bin hinterm Haus auf dem Balkon. Jetzt soll ich da noch hochgehen, Alter. Nö. Ja, ich hab's nicht geschafft, um die Ecke zu springen. Da wird sich mal wieder direkt teleportiert. Automatisch und so. Nice. 8 von 100. Wow. Aber das zeigt in einem Video und ein halbes Video schaffst du wirklich 8 Stück. Es geht schnell. Nein, das geht extrem langsam. Aber gut, das ist spannend. Ich liebe solche Videos. Der Channels hab ich auch immer gescheit, wie er sich die Karten gesammelt hat und so. Jetzt kann ich mal einsteigen, was denn da? Warte, ich hab äh, polnischen Generalschüsse. Error. Way not found. Critical Error. Ah, die Kara hat Dingels. Ja. So geht's auch. Was hast du für ein super Mechaniker, Alter. Ah, die neuesten Digga. Nicht mehr Beta-Mession von GDA, oder was? Er hat das digitale Leben, wo du nur auf den Knopf drucken musst und dann hast du jedes Auto vor dir oder so. Er ist schon fortgeschrittener als die Menschheit. So, und jetzt? Aha. Playbo-Menschen. Ah, scheiße, Alter. Ich weiß wo, hier. Direkt im Grunde. Ah, Auto kann man immer Wasser fahren. Das ist so langweiligig. Wieso können sie nicht originellere Versteckungen? Ach, komm. Immer dieses automatische Hüpfen. Und was bekommt man, wenn man alle hat? Ein Superman-Anzug. Und das brauche ich jetzt auch, ne? Das braucht jeder. Ich glaube aber auch recht viel Geld. 500.000 oder so. Aber vor allem, es gibt ja immer wieder gratis T-Shirts und so. Aber niemand will das anziehen. Das ist einfach nicht nötig. Aber dann wenigstens mit ihm anzufliegen, Alter. Das wäre eine geile Idee, Ghost. Was? Im Golfclub drin? Okay. Ja, da sind zwei Stück. Was, zwei? Das ist ein originelleren Versteck. Die Bank würde ich schätzen. Die Bank hinter dir. Da. Da, wo der... Da, wo der... Der große Baum, ja. Ja. Ja, dort rauf auf der Säule. Oh. Jetzt kannst du aussteigen und ich nicht. Sonderrechte. Ich wollte first, ladies and. Die Spielfigur geht einmal so ums Auto und kann nicht warten, bis der Ghost den Fahrer wechselt. Ghost zu rechts über den See. Über den kleinen See, da musst du. Alles? Ja. Geh irgendwo. Hier oben musst du was stehen. Ich schwör da hinten wieder, irgendwo. Keine. Was? Ich sehe sie nicht. Da. Da ist wieder so ein... Was ist denn zuzutragen hier? Die Säule ist frei. Die ist nackt. Ja. Ja. Die Golf-Fahne dort oben. Oder... Beim Baum links. Ja. Ist wahrscheinlich wieder ungenau. Eventuell auch draussen oder so. Also sie ist ganz knapp hier irgendwo massiert. Auf der Brücke. Ja, eventuell doch draussen oder so. Ja. Also geh mal zum Waypoint. Ja. Passt. Genau. Teleportieren. Also dass es irgendwo hier am Netz ist oder so. Oder außerhalb hier irgendwo. Ja, du kannst ja durchhacken. Äh. Oder drüber. Also ich sehe, ich konzentriere mich echt genau. Genau. Und Phoenix. Hm. Mysteriös. Wir müssen nochmal den Golfplatz mal hier alle einzeln, glaube ich. Ja, ich habe das Gefühl, dass es wieder unterirdisch ist. Was ist denn unter dem Golfclub unterirdisch? Ja, die U-Bahn. Die fährt, glaube ich, hier durch. Also nicht gerade hier im Norden, glaube ich. Aber es wird schon relativ nah am Golfplatz. Also wo könnte sie sonst sein? Oh, ein Lobleser. Bist du auch immer so aggressiv gegen die? Weil im Real Life nerven sie extrem. Weil bei uns im Apodomor, also in der Umgebung, echt zu viel zu lärmig. Also geh jetzt einfach auf die Straße. Geh in die U-Bahn, fahr mal in die U-Bahn. Und fahr mal Richtung, sodass du unter das Ding kommen könntest. Unter die U-Bahn, äh, unter Golfclub. Also ich merke es mir ein bisschen, wo das irgendwo ist. Das ist wirklich schon am Zaun. Jetzt tu nicht so, als würdest du da nicht drüber kaufen. Ja, da komme ich auch noch irgendwie drum. Haken und Haken geht es immer. Voll geil. Mann, das ist so geil. Und dann nerven sich über Hacker, da wäre es lustig. Auf die andere Seite wahrscheinlich, ja. Ja, auf die andere Seite. Ach, Jungs, ich habe ja Dinge im Weg. Ja, aber die fährt genau in die falsche Richtung. Die fährt weg. Wenn du schaust jetzt auf der Karte, jetzt wird sie ja angezeigt, die U-Bahn. Also es ist wahrscheinlich doch überirdisch. Oh Gott. So wird nerven. Ja, ich habe keine Karte. Also ich könnte jetzt keinen Vapen machen da oben. Die große Karte ist einfach wie zu herangezoomt. Also nach Dingels. Da oben wieder. Also, ich weiß jetzt einfach nicht. Mach mal einen Vapen. Man kann nicht, wenn man untötig ist. Auch wenn du, ähm... Shift. Ja. Ah, Shift. Okay. Ja, ich suche den Knopf. Also gehen wir einmal um den Golfclub, eventuell auf der Strasse. Das ist sehr ungenau markiert. Also hier oder? Nein, einfach außerhalb von der Strasse. Irgendwel ist es einfach sehr ungenau und es ist einfach am anderen Ende der Strasse auf der Strasse. Oder hier irgendwo nicht. Das wäre ein bisschen weiter weg. Oder sie liegt hinter dem Busch. Geht das? Könnte man dahinter? Nein, glaub nicht. Und das wäre auch unfair. Ich glaub. Das ist meistens nicht so unfair und so. Also es gab in Weiss City, glaub ich, gute Verstecke. Damals. Die Koks-Teile. Kann das sein, dass die einfach einen Punkt zu viel gemacht haben oder so? Also ich hab mal durchgezählt. Allein in der Wüste liegen 44 Stück oder so. Ich hab's auch bemerkt, dass mehr sind im Norden, wo es nicht gerade so viel zu tun gäbe. Zum Verstecken gäbe. Haben's ja wahrscheinlich extra gemacht, damit's nicht so nervig ist, hier in der Stadt zu suchen müssen. Also ich denke, es ist vielleicht wirklich ziemlich nah an einem Gebüsch oder so, dass man's nicht sieht. Ich denke, ich werde auch ein bisschen laufen jetzt, wenn man's besser kennt. Also wir fahren mal in die Ecke und wir laufen nochmal, weil... je nachdem rendert der Server die nicht. Ja, das ist auch mir aufgefallen, dass manche Dinge nicht sichtbar sind so genau. Oder erst später sichtbar sind. Und ich geh mit dem Golf-Caddy. Wenn's eins hat die. Kann ich? Superjump. Mann, ey. Nein, es gibt keins jetzt, Walter. Also hier am Schäden ist keins. Ja, das brauch ich jetzt. Der ist nicht sichtbar. Hm. Du hälst dir schon viel mit den Hexern. Kann man so sagen, ja. Also wie soll hier auf Dingens? Auf dem Golfplatz. Das Problem ist, dass das eine überdeckt das andere, deswegen kann ich's nicht gut sehen. Also ich denke, eventuell richtig im Wasser oder am Wasser, so dass man's nicht sieht. Also ich schaue jetzt gerade der Busch hier oben ab, aber es ist nichts dahinter und so kommt man ja nicht dahinter. Was sagen wir, wenn wir mal abschließen, hoffentlich. Also kann man immer ins Wohnen, alles. Ganz. Hier im Haus hier oder so. Hier vielleicht beim Schild. Aber gleich wieder so übelst lame versteckt, Alter. Ja, ich denke schon, dass es wirklich zentral ist, oder? Ja, ich mein, versteckt nicht wirklich die ganze... Trauger, der Riesenbaum hier fliegt, ne? Ja, nur so zu einfach. Ähm, wo bist du gerade? Da hinten, der Baum, da sofort. Ich mein, da muss man wohl draufstehen, ne? Ja, also die Wurzeln sind gerade so richtig buggy. Ah ja. Ja, aber du kannst sogar... Okay, haben wir noch eins, also. Dass man einfach hier durch die Wurzeln durchschauen kann. Dass nicht so realistisch platziert wird, aber fliegen tut dann nicht. Ist auf jeden Fall am Goldplatz oder was? Also es muss hier oben am Goldplatz irgendwo sein, laut der Karte. Auf die Karte, weil... Kann einer nochmal kurz bei dieser kaputten Brücke schauen dort? Weil ich gehe jetzt gerade auf die andere Seite, was hier eventuell sein könnte. Das ist einfach falsch. Falsche Zeit, äh... Standort ist ein bisschen. Also ich gucke auch unter Wasser, hier ist auch nichts, gar nichts. Ja, ich glaube unter Wasser kannst du nichts. Ja, unter Wasser ist nicht so viel gut. Also hier, beim Gebäude ist wahrscheinlich zu bald weg, so. Und da ist auch nichts. Ja, sonst tun wir den überspringen, ja. Auch das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Gut, ich schau mal grad, wo wir nach... Ich bin... Mann, ich möchte jetzt dieses Teil haben. Golfkette fährt sonst niemand. Ich muss fahren. Boah, wie lange der braucht. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Weil wir einfach nicht so direkt... Alles zwei sitzen, ja. Kann man das Dach irgendwie abfahren, ja, ne? Wieso steigt das so komisch, ne? Hier dringend ist es auch nicht, oder? Hier hinter dem Haus... Also hier bin ich abgeflogen. Ich kann ja auch unter Düngern fliegen. Kannst du mal hier aufs Dach links gehen, wo die Dünger sind. Oder hier vielleicht irgendwo? Ja, aber das ist einfach weit weg. Ich hab so das Gefühl... Es müsste schon im Golffrasen sein. Gehen wir jetzt hier kurz hoch. Gehen wir hoch. Wir müssen teleportieren. Ja, hoch. Fliegen. Warte mal kurz. Wir müssen das doch morgen machen. Sonst lass doch morgen und wir recherchieren über... Scheiße, Alter. Ja, wir können jetzt wirklich die nächsten Punkte dann morgen recherchieren. Und dann können wir das verbessern. Dankeschön. Also ich hab jetzt noch Punkte gefunden, die wir machen können. Also ich denke, ich werde auch eine Karte holen und sie wirklich sehr gut recherchieren, wenn ich Zeit hab morgens. Bevor ich trainiere. Ja, ich fang ja weg, ja. Ja, er hat gerade das Spiel verlassen. Ja, scheinbar ist das abgestürzt. Okay, dann bände ich das Video. Ja, in der Sitzung ist ein Fehler aufgedrängt. Also nicht richtig abgestürzt. Aber zum Glück stürzt nicht mehr einfach so ab und im Launcher. Also dann bis morgen. Tschüss zusammen. Tschö. 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 Tschö.